Und jetzt der Wochendurchblick mit Florian Streibl. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, willkommen zum Wochendurchblick. Momentan läuft der Landtag wieder einmal auf Hochtouren. Kurz vor Beginn der parlamentarischen Sommerpause tagen alle Ausschüsse, um das nächste Woche stattfindende Dreitagesplenum optimal vorzubereiten. Ein besonders erfreulicher Tagesordnungspunkt wird die Verabschiedung des Hochschulinnovationsgesetzes sein. Denn es umfasst unsere hochschulpolitischen Herzensanliegen. So sichert das neue Gesetz bewährte verfassungskonforme Strukturen an den Hochschulen und schafft viel Spielraum für sinnvolle Neuerungen. In puncto Gleichstellung von Frauen an Hochschulen ist den Regierungsfraktionen ein Quantensprung in der bayerischen Hochschulgeschichte gelungen. Darüber hinaus hat die Landesstudierendenvertretung nun erstmals einen gesetzlich verankerten Platz in der Hochschullandschaft. Die Freie Wählerfraktion hat auf diese Weise am modernsten Hochschulgesetz mitgewirkt. Einem, das die Zukunftsfähigkeit, Innovationskraft und Exzellenz der bayerischen Hochschulen nachhaltig garantieren wird. Es erfordert die Sicherung demokratischer Prozesse und Beteiligung aller Hochschulgruppen, gerade auch die der Studierenden. Besonders bedanken möchte ich mich heute bei meinen Fraktionskollegen Kerstin Radler und Dr. Hubert Faltermeier. Sie haben mich in den vergangenen Monaten bei den nicht immer leichten Verhandlungen unermüdlich daran unterstützt, den Hochschulstandort Bayern noch attraktiver zu gestalten. Ich finde gerade angesichts der vielen Hiobsbotschaften, die uns aktuell aus aller Welt erreichen, dürfen wir auf einen solchen landespolitischen Erfolg auch mal ruhig stolz sein. Bitte bleibt gesund und Gott schütze euch.